Und hier sind wir in 2023 und lernen eine neue Programmiersprache. Und ja, das ist Rust. Für viele ist Rust der Savior, was Programmiersprachen angeht. Oder die beliebteste Programmiersprache überhaupt. Oder es gibt nichts über Rust. Ich habe in letzter Zeit so viel darüber gehört. Und naja, es ist halt auch ein bisschen was dran. Bevor wir jetzt also mit Tutorials anfangen, will ich heute mit euch erstmal uns angucken, was Rust eigentlich so besonders und so gut macht. Wie ihr wisst, ich habe sehr viel Python gemacht und naja, auch ein paar andere Sprachen. Aber Python am allermeisten. Deswegen werde ich mich hauptsächlich darauf beziehen. Und wir gucken uns mal an, was Rust so besser macht. Also, warum ist Rust so beliebt? Und ja, dann schauen wir, wenn ihr das wollt, natürlich nach Tutorials. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also, wir fangen an mit, oder wir teilen das Ganze auf in Performance, in Reliability, also Verlässlichkeit und in Productivity. Productivity, also quasi das Ökosystem um Rust drumherum. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit dem Ökosystem. Da sind wir noch nicht ganz so tief drin im Thema. Das ist aber etwas, was sehr, sehr gut ist. Das Ganze ist natürlich Open Source. Ja, das ist das quasi Voraussetzung. Und wir können Pakete installieren von einem Ökosystem. Ökosystem ähnlich, wie wir das bei JavaScript mit NPM machen können, ähnlich, wie wir das bei Python mit Pip machen können. Können wir eben auch bei Rust über das Ökosystem einfach Pakete installieren. So, jetzt ist bei einer neuen Programmiersprache heutzutage echt wichtig, dass wir nicht mehr von Haus aus alles selber machen müssen. Also, nehmen wir mal an, ich müsste jede Art von Bibliothek immer noch selber programmieren. Das macht heutzutage niemand mehr. In C++ ist es üblich gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden. Aber in C++ war es üblich, dass man sich selber eine Art von Bibliothek-Sammlung baut, für alles, was man irgendwie braucht. Wer macht sowas heute noch? In Python kann ich einfach sagen, Pip install irgendwas und irgendwas mit mir installiert und ich kann es benutzen. TensorFlow zum Beispiel. Neuronale Netze mit Python innerhalb von fünf Zeilen gefühlt. So, und genau das wollen wir ja auch bei Rust haben. Ansonsten hat es keine Chance gegen JavaScript oder Python. Und genau deswegen gibt es dieses Ökosystem, aber nicht mit nur Rust-eigenen Paketen, sondern mit Paketen aus zum Beispiel auch C. Denn C-Bindings, die wir sehr häufig in Python verwenden, können wir auch einfach so in Rust verwenden. Das ist super. Außerdem haben wir natürlich eine wichtige Voraussetzung darin, dass wir nicht mehr von Haus aus irgendwie definieren müssen, welches Betriebssystem wir gerade haben. Also wenn ich jetzt eine Anwendung entwickle, will ich nicht irgendwie limitiert sein, dass die nur auf Windows läuft oder nur auf Mac oder nur auf Linux, sondern ich möchte, dass sie halt auf allen drei mit demselben Code läuft. Und das geht natürlich auch bei Rust. So, das ist aber noch nicht alles, was die Productivity an sich angeht. Ja, natürlich eine tolle Dokumentation. Das ist auch Voraussetzung für mich zumindest, bevor ich überhaupt anfange, mittlerweile eine Programmiersparte zu nennen. Ich bin verwöhnt mittlerweile. Ja, ich bin verwöhnt. Okay, wir haben aber auch einen guten Compiler, der uns gute Fehlermeldungen bei Problemen liefert. Ja, looking at you, C, oder Haskell, oder so, ne, ihr kennt das vielleicht. Wir haben aber gleichzeitig auch einfach ein sehr, sehr starkes Toolset außenrum. Also wir haben nicht nur dieses eine Ding, mit dem wir kompilieren können, sondern wir haben auch noch mehr Möglichkeiten, mit Rust an sich zu interagieren. Zum Beispiel, indem wir Dependencies verwalten können, indem wir unser Projekt natürlich kompilieren können, aber auch dabei Tests laufen lassen können und eben dann auch das Ganze deployen können. Also das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und ja, das schließt eigentlich soweit das Ökosystem ab. Und ich denke, ich glaube, das ist erstmal Basisvoraussetzung, damit wir uns eine Programmiersprache wirklich aneignen wollen, weil niemand will mehr alles von Grund auf selber machen. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Performance-Dingen, weil das ist ja so ein bisschen der Problempunkt bei Python. Python ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass alles schnell läuft. Es ist sehr viel schneller geworden mit 3.11 zum Beispiel, aber es ist halt immer noch Python. Es ist nicht C. Und Rust hat genau diesen Anspruch. Rust möchte ähnlich schnell sein wie C, trotzdem bequemer zu schreiben und mächtiger zu schreiben. Also mittlerweile wurden Teile des Windows-Kernels und Teile des Linux-Kernels in Rust geschrieben. Das ist beeindruckend, weil die Sachen müssen sehr schnell laufen, sehr zuverlässig laufen und müssen halt auch irgendwie gewartet werden anschließend. Also, ja, ihr könnt verstehen, in welche Richtung es geht. Man kann Rust für sehr hardwarenahe Dinge benutzen. Also, warum? Rust hat erstmal was, das nennt sich Zero-Cost-Abstractions. Das bedeutet sowas wie, wenn wir Klassen oder Funktionen oder irgendwelche Abstraktionsebenen einführen, dann kostet uns das keine Laufzeit, weil es durch den Compiler einfach wieder wegoptimiert wird. Das heißt, wir wissen danach wieder, okay, eigentlich läuft das Ganze so nativ wie möglich und braucht quasi gar nichts von uns. Es ist super, super schnell dadurch. So, in Rust haben wir aber auch keinen Garbage-Collector. Ähm, Garbage-Collector, Müllentsorgung. Ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen was darunter vorstellen. Das Problem ist, bei Python, bei Java haben wir den. Wir sind komplett dran gewöhnt und ein bisschen verwöhnt auch. Doch, in Python sieht das so aus. Wenn ihr eine Variable nicht mehr benutzt oder wenn sie einfach out of scope ist, dann wird sie halt einfach wieder gelöscht. So, das kann Probleme haben, weil es natürlich einen gewissen Overhead hat und potenziell eine gewisse, naja, man weiß nicht genau, ob jetzt der Garbage-Collector läuft oder nicht. Vor allem, wenn man es nicht explizit gesagt hat. So, auf der anderen Seite gibt es dann andere Sprachen, C oder sowas zum Beispiel, wo wir keinen Garbage-Collector per se haben und uns dann teilweise eben auch mal selber drum kümmern müssen, dass wir einzelne Variablen löschen. Rust macht das ein bisschen anders. Rust hat einige, ähm, Ownership-Regeln, also quasi, wer besitzt eine Variable und die werden zur Compile-Zeit, also nicht während der Ausführung, sondern beim Kompilieren, schon komplett durchgelaufen. Und wenn irgendwo gesagt wird, diese Variable wird hier nicht mehr gebraucht, wird die rausgeschmissen. So, zu dem Kompilieren bei Rust kommen wir gleich noch. Aber das bedeutet für uns, mit dem Garbage-Collector, wir haben keinen Overhead, wenn wir den Code ausführen. Sprich, er wird deutlich, deutlich schneller. Gleichzeitig haben wir aber trotzdem was, das nennt sich Direct Memory Access, oder DMA, oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Was bedeutet, wir können mit Rust direkt auf das System, auf den Systemspeicher vor allem auch zugreifen. Das heißt, wir können direkt Sachen adressieren und sagen, ich will da hin. Das kann insgesamt einfach auch dazu führen, dass, wenn man sich Mühe gibt, dass der Code sehr viel schneller läuft, wenn man möchte natürlich, ist es ein bisschen Arbeit, aber man kann. Aber gleichzeitig kann ich dadurch natürlich auch Performance mehr vorhersehbar machen, weil ich mich selber um alles kümmern kann, was ziemlich cool ist. So, dann kommen wir einmal ganz, ganz kurz nur zu Concurrency. Wir haben eine gewisse Concurrency durch das Rust Ownership Model und das ganze Typsystem drumherum, die uns Concurrency, also gleichzeitig Threads laufen zu lassen, ermöglicht, ohne dass Data Races passieren. Also, dass ich zum Beispiel nicht weiß, ob jetzt zuerst dieser Buchstabe ausgegeben wird oder der hier. Das ist ein komplexes Thema und das gucken wir uns im Detail an, wenn ihr Interesse an den Tutorials habt natürlich. Insgesamt können wir dadurch aber natürlich Multicore, was heutzutage extrem wichtig ist, total einfach benutzen, ohne wirklich große Risiken zu haben. Und ja, das ist einfach eine extrem moderne Sprache in dem Sinne, trotzdem sehr low-levelig. Also, irgendwie so best of both worlds, könnte man sagen. Übrigens, was die Performance noch ganz kurz angeht, die Runtime ist auch ziemlich effizient gemacht und braucht nicht viel außenrum. Gut, aber der Punkt, warum eigentlich, glaube ich, die meisten Rust so feiern, ist die Reliability. Also, wir haben uns jetzt um das Ökosystem gekümmert. Wir haben uns darum gekümmert, dass Rust eine ziemlich schnelle Sprache sein soll und in Performance Benchmarks wirklich gut abschneidet. Aber wir haben uns noch nicht um den eigentlichen Hauptvorteil von Rust gekümmert. Nämlich die Zuverlässigkeit. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, wir haben ein sehr, sehr gutes Typsystem. Wir haben im Endeffekt, normalerweise sagt man, wenn ich Rust kompiliert bekomme, das war früher schon so, damit wurde es quasi designt, wenn ich es kompiliert bekomme, dann läuft Rust auch. Sprich, es ist super, super selten, dass Rust zur Laufzeit abstürzt. Python hat gar keine Kompilierzeit im Endeffekt oder kein Kompilat. Das bedeutet, Python stürzt immer zur Laufzeit ab, wenn man so möchte. Und bei Java kennt ihr das vielleicht, wenn man zum Beispiel den User einfach 0 eingeben lässt, dann sagt, und wir teilen dann halt durch die User-Eingabe, sprich 0, dann sagt Java halt, ja gut, das konnte ich jetzt nicht vorher wissen, ich stürze jetzt ab. Und Rust macht das eben anders. Rust hat an sich, es ist sehr schwer, Rust zum Abstützen zu bringen. Es liegt an mehreren Dingen. Einmal eben die Memory Safety. Das bedeutet, durch das Rust-Ownership-Model haben wir eine gewisse Sicherheit, dass die Variablen alle richtig initialisiert wurden und die Pointer alle gültig sind und alle Ressourcen schön sauber aufgeräumt sind, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Und dadurch haben wir zum Beispiel kein Problem mehr mit Null-Pointern. Oder wir haben kein Problem mit Double-Free oder irgendwelche Dangling-Pointers, ja. Das sind alles solche Sachen, die fallen durch das ganze Ownership-Model einfach raus. Und das macht einfach die gesamte Ausführung echt ziemlich sicher. Trotzdem haben wir natürlich noch mehr. Wir haben auch Threat Safety, wie ich gerade schon vorhin kurz angedeutet habe. Das Ownership-Model schützt auch Threats in gewisser Weise und dadurch haben wir auch eben diese Data Races nicht. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Concurrency ist ein Riesenthema bei Performance, aber eben auch bei Reliability. Sprich, wir müssen uns darum kümmern, dass die richtigen Daten zur richtigen Zeit zurückkommen, dass die aufeinander warten können und alles. Das haben wir durch die Threat Safety eigentlich ziemlich gut in den Griff bekommen. Dann haben wir natürlich noch einen wichtigen Punkt und zwar Error-Handling. Ja, wir kennen alle Error-Handling. Rust hat ein sehr starkes Error-Handling im Sinne von, wir müssen uns darum kümmern, um die ganzen Fehler, aber trotzdem auf eine ganz spezielle Art und Weise und eben wie gesagt, wir können quasi mit Null nicht arbeiten. Trotzdem haben wir auch noch Immutability. Also Variablen sind standardmäßig immutable in Rust. Das heißt, ich kann sie nicht verändern. Das kann jetzt natürlich geändert werden und dadurch können wir natürlich einige Sachen besser machen, aber häufig reicht uns das aus und wir müssen uns nicht darum kümmern, sondern wir können die einfach als Konstanten verwenden. Und das Kernstück von allem ist im Endeffekt Rust Compiler. Rust Compiler, wenn ihr alles richtig geschrieben habt, kompiliert alles wunderbar, sehr effizient und sehr, sehr sauber. Aber wenn etwas nicht eindeutig definiert ist, dann schmeißt euch der Rust Compiler sehr, sehr viele Fehler um die Ohren und sagt, und du fixst das jetzt. Und genau das möchte ich euch eben zeigen, wie man mit sowas umgeht. Wenn ihr jetzt also Bock bekommen habt auf diese sehr interessante Sprache, die ein paar Ansätze besser macht als alle anderen Sprachen und einfach viele gute Aspekte von Python, Java, C, C++ und so weiter sich klaut, dann schreibt mir. Dann können wir gerne mit Tutorials anfangen, weil ich habe mal wieder Bock, ein bisschen was zu programmieren und nicht immer nur über Programmier-Tools beziehungsweise KI und so weiter und so fort Videos zu machen. Natürlich wird das weiterhin kommen. Ich habe da auch Lust drauf, aber eben nicht nur. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja.